In dieser schnelllebigen Welt ist es schwerer denn je, etwas Besonderes zu finden. Aber hin und wieder erscheint ein Symbol der Hoffnung. Keine Angst, ich will dir nichts tun. Und diesmal heißt es... Wie lange ist sie schon hier? Keine Ahnung. Winter. Sie hat sich nicht bewegt, seit sie hier ist. Was ist das? Hazel! Er wollte nur mal sehen, wie es ihr geht. Es geht ihr nicht gut. Es hat sie schlimm erwischt. Sie scheint aber auf dich zu reagieren. Wir können sie nicht zum Leben zwingen. Das muss sie schon selbst übernehmen. Sie war zu stark entzündet. Mein Dad sagt, sie musste ab. Wie soll sie leben, wenn sie nicht schwimmen kann? Sie braucht eine Prothese. Entschuldigen Sie? Hi. Kann ich Ihnen eine komische Frage stellen? Das ist Doktor McCarthy. Oh, hi Doktor. Was kann ich für Sie tun? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich wäre hier, um was für Sie zu tun. Ich hatte Angst, du sagst nein. Du gehst morgen zur Schule und Ende. Keine Widerrede. Aber Winter braucht mich. Als alle anderen nur das Unmögliche sahen. Niemand, der einigermaßen bei Trost ist, würde einem Delfin die Schwanzflosse ersetzen. Zum Glück bin ich es nicht. Äh, was? Einigermaßen bei Trost. Sahen Sie einen Grund, alles zu riskieren. Dieser Delfin hat uns alle verändert. Du darfst sie nicht aufgeben. Es wird schon wieder. Für uns beide. Das heißt, Sie mag sie. Ich bin über allermassen entzückt. Willst du spielen? Bowlingkegel? Du magst die Ente, oder? Ich bin mit dem unglaublichsten Tier und der besten Freundin von allen hier. Und ich hoffe, ihr liebt sie genauso wie ich. Und ich hoffe, ihr liebt sie auch.